Glück als Verstand wahrscheinlich Wenn ich nicht rauchen gehe, sitze ich ewig davor und warte und wenn ich mal rauchen gehe, dann bin ich in zwei Sekunden drin Ich bin in zwei Sekunden drin Das war's für heute. Siehst du das, Gefs-Promel? Scheiße. Alter. Der hat das aber eigentlich... ... Level 26 155, danke für deinen Rucksack. Der wird geschröpft. Er hat sich die Bodyarmone direkt gespart. Aber da drüben schlicht noch einer. So, wie sieht es hier aus? Ich werde das jetzt auch nicht übertreiben hier mit Turchhetzen. Wir haben relativ gut ins Boden gehabt. Können wir uns ein bisschen Zeit lassen. Wir werden bei den Rucks nachher noch... Alter... Das geht ja ab. So, jetzt machen wir uns langsam mal auf die Spur. Auf die Socken, meine ich. Soll ich ihn luden, Leute? Was sagt ihr? Soll ich es riskieren? Soll ich es jetzt mal auf die Socken machen? Oh ja. Wir sind ganz schön schwer. Einen später. Gab es einen von den Müttern. Wir sind halt super schwer. Genau. Wieviel ich das Ding? Sieben Kilo. Schon wieder ein Sniper irgendwo. Da hat einer eine Mine gefunden. Wo sitzt der Hund? Ich sehe ihn nicht. Waren die Ausdauer? Da hat einer gekrochen. Kommt einer gekrochen? Das ist nicht alles. Wie geht es? Im Moment. Kommt. 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 Was ist das? Ja hinten ist noch. Wahrscheinlich, dass Nimer, der seinen Loot einfahren möchte. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Richtiges Drehkreuz hier. Jetzt weiß ich natürlich nicht, ob er dort liegt und wartet. Nein! Shit! Wir werden die Mission irgendwie heute nicht mehr schaffen, glaube ich. Habe ich so im Gefühl. Bis zum nächsten Mal.